Ich habe sieben Tage mit Dr. Joe Dispenser verbracht und diese unglaublichen Dinge sind passiert. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Raphael Bettencourt und ich zeige dir hier, wie du zu einem Meister einer Meisterin der Gesetze des Universums wirst und so dein Traumleben und Traumbusiness manifestierst. Das war ein fantastisch guter Schnipser, hat mich selber überrascht. Und schön, dass du wieder da bist und heute sprechen wir über eine magische Reise von sieben Tagen, die ich mit Dr. Joe Dispenser verbringen durfte. Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann weißt du sehr wahrscheinlich, wer er ist. Er hat sich dem verschrieben, rauszufinden, wie Energie wirklich funktioniert, wie verschiedene Wissenschaftszweige zusammengeführt werden können, dass wir die energetische Welt, die Welt der Quantenphysik, die Welt des Universums verstehen, um so unsere Körper zu heilen und übernatürliche Ergebnisse zu erzielen. Und ich hatte das Privileg, mit ihm sieben Tage verbringen zu dürfen in den letzten Wochen. Und es sind unglaubliche Dinge passiert. Und hier möchte ich mit dir teilen, was passiert ist und was meine größten Learnings aus dieser Zeit waren und was ich in meinem Leben mitnehme aus dieser Zeit. Und bevor ich damit loslege, möchte ich dich herzlich einladen zu unserer nächsten Experience, Die Awakened Heart Experience. Dort zeige ich dir in fünf Tagen, wie du die übernatürlichen Kräfte deines Herzens freisetzt, rausfindest, was deine wahre, größte Bestimmung ist und so deine unendlichen Manifestationskräfte freisetzt, mit denen du dein Traumleben erschaffen kannst. Fünf Tage live mit mir, tiefste Transformation. Das ist mein Fokus, dass dieses Event, das ist ein fünftägiges Online-Live-Event, komplett kostenlos, dass das für dich einer der größten Durchbrüche deines Lebens wird. Da die Experiences in der Vergangenheit haben unglaublich viele Durchbrüche geschaffen, unglaubliche Transformationen von Leuten, die Millionen manifestiert haben, die ihre Traumpartner manifestiert haben und die tiefste Erfüllung in ihrem Leben gefunden haben. Die Liste ist unendlich lang. Kurze Einladung dazu, den Link findest du unter diesem Video und später erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. Und du wirst auch im Laufe des Videos verstehen, warum es da um das Herz geht. Denn dein Herz ist die höchste Power. Da redet auch Dr. Joe Dispenza drüber. Kommen wir jetzt zu meinen sieben Tagen. Und zwar war ich in London bei seinem Week-Long Advanced Retreat. Das ist das Event, das größte Event von Dr. Joe, wo du sieben Tage lang in einer Halle mit tausenden Menschen verbringst. In dem Fall waren wir 2500 Menschen, die gemeinsam jeden Tag circa sechs oder sieben Stunden meditiert haben und in der Zwischenzeit neue Dinge gelernt haben über das Universum, über Transformationen, über all diese Dinge. Inzwischen ist das schon mein drittes Retreat gewesen. Mein allererstes habe ich in 2019 besucht in Deutschland. Und dieses Retreat hat mein gesamtes Leben verändert, hat mein Bewusstsein auf ein komplett neues Level gehoben. Und damit fing auch die Reise in mein zweites neues Leben an. Wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, ich rede immer von zwei Leben. Einmal mein erstes Leben, wo ich sehr hart versucht habe, aus dem Kopf zu agieren, zu kämpfen, zu machen, zu tun und nicht so weit gekommen bin. Und mein zweites Leben, wo ich die Power meines Herzens freigeschaltet habe und so dann die Kräfte und die Gesetze des Universums für mich nutzen konnte, um mein Traumleben auf allen Ebenen zu manifestieren. Und dieses Event war ein sehr, sehr großer Baustein davon. Dr. Joe fokussiert sich vor allem auf das Thema Heilung. Bei ihm auf den Events geht es darum, wie du unheilbare Dinge oder herausfordernde Krankheiten, Verletzungen und Co. wirklich mit Energie heilen kannst. Und das ist, was auf den Events immer wieder passiert. Ich habe gesehen, wie Menschen, die nicht laufen konnten, wieder laufen konnten. Die mit einem Rollstuhl gekommen sind und es geschafft haben, obwohl sie es seit Jahren nicht konnten, aufzustehen und zu laufen. Ich habe Geschichten gehört von Menschen, die nicht sehen konnten und bewiesenermaßen jetzt wieder sehen können. Ich habe Geschichten gehört oder erlebt, das sind sogar Freunde von mir, die ihren Krebs geheilt haben durch diese Events, durch diese Sessions. Und damals, als ich das erste Mal auf dem Event war, habe ich mich gefragt, hey, er fokussiert sich extrem auf das Thema Heilung. Er nimmt die energetischen Prinzipien, die Gesetze des Universums und bezieht das auf das Thema Heilung. Kann ich das auch beziehen? Auf meinen Kontostand, auf mein Business, auf meine Erfüllung im Leben und auf das Thema Manifestation, mir das zu manifestieren, was ich mir wirklich wünsche. Und so hat meine Reise begonnen. Er geht auf das Thema Heilung und ich nehme die anderen Teile mit. Und so habe ich begonnen, diese ganzen Sachen in mein Leben zu integrieren und Schritt für Schritt die Dinge in mein Leben zu manifestieren, die ich heute habe. Traumwohnung, Traumort, an dem ich lebe, Traumbusiness, so viele Dinge, die einfach gigantisch groß sind. Und ich möchte heute mit dir meine vier größten Learnings teilen von dieser gemeinsamen Zeit, die ich da mit Dr. Joe verbringen durfte, mit 2500 anderen Menschen und die übernatürlichen Dinge, die wir dort erlebt haben. Natürlich ist es so, dadurch, dass ich das Event schon zweimal vorher gemacht habe, ist es jetzt für mich nicht mehr dieses eine Event, wo ich denke, oh mein Gott, wow, 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 das war das Krasseste, was ich jemals erlebt habe, weil ich es kenne. Jedoch gibt es immer wieder tiefste neue Erkenntnisse, wenn du etwas wiederholst, wie so ein Event oder einen Kurs, weil du gehst mit einem neuen Bewusstsein in dieses Event rein, in diesen Kurs, in dieses Coaching. Mit einem anderen Punkt in deinem Leben, als ich das letzte Mal dort war, das war Ende 2019, war ich an einem ganz anderen Punkt, mit ganz anderen Gedanken, ganz anderen Gefühlen in mir und heute ist alles anders. Und deswegen sind die Erkenntnisse natürlich ganz komplett anders, aber es ist natürlich nicht diese riesige Euphorie, wie damals beim ersten Mal. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du zum ersten Mal so ein Event besuchst, dann wirst du diese krasse Euphorie spüren, denn du wirst sehr viel meditieren, du wirst übernatürliche Dinge in deinen Meditationen erleben, weil du dein Bewusstsein runterschraubst, leise werden lässt und so dein Bewusstsein öffnest für das Übernatürliche, für das Universum, für die Magie des Universums. Das heißt, das wirst du erleben und am Ende des Retreats gibt es immer Healing Sessions. Das heißt, das ganze Retreat ist so aufgebaut, dass am Ende wir alle bereit sind, alle Teilnehmer bereit sind, Healing Sessions zu machen, wo wir uns verbinden mit der Energie des Universums und in der Mitte des Kreises, also wir sind sieben, acht Personen und in die Mitte des Kreises setzt sich eine Person, die dann geheilt wird tatsächlich, wo wir Energie fließen lassen und es hört sich verrückt an, aber all das ist wissenschaftlich bewiesen, wo wir Energie fließen lassen, die Kohärenz und Heilung in den Körper bringt und das ist das, wo die meisten Heilungen geschehen. Da werde ich später noch ein bisschen drüber erzählen. So, ich nehme dich mit in meine größten Learnings. Die eine Sache, über die Dr. Joe immer und immer wieder spricht, ist die Kraft unseres alten Ichs und was wir brauchen, um wirklich Veränderung, Heilung, Transformation, Fülle, was auch immer du dir wünschst, in unser Leben zu bringen, ist es, das alte Ich zu überkommen. Altes Ich zu neuem Ich. Und das ist vielleicht für dich nichts Neues, für mich ist es auch nichts Neues, aber er redet so viel über dieses Thema, dass dir bewusst wird, an wie vielen Stellen du noch festhältst an dein altes Ich. Das war genauso bei mir. Ich beschäftige mich jeden Tag mit diesem Thema, denn das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Wenn du Dinge, neue Dinge in deinem Leben manifestieren möchtest, musst du die Energie von deinem alten Ich verändern in ein neues Ich. Problem ist nur, dass dein altes Ich zu 95% im Unterbewusstsein herrscht, das heißt, du merkst gar nicht, dass dein altes Ich übernimmt. Und bei mir war das ein Thema mit dem Thema Schlaf. Schlaf ist eine Sache, die ich schon seit Jahren versuche zu hacken, wo ich schon alles Mögliche ausprobiert habe, von Schlaf-Supplements, bestimmte Dinge, wie du deinen Raum präparierst, Luft, Pflanzen. Ich habe alles durch, weil ich gemerkt habe, an bestimmten Tagen, wo ich eine bestimmte Art von Schlaf habe, also einen nicht so guten Schlaf, bin ich relativ grumpy. Du kennst mich als den glücklichen Raphael. Ich nehme auch meistens an den Tagen, wo ich grumpy bin, keine Videos auf. Aber es gibt Tage, da bin ich richtig grumpy, da bin ich genervt, da bin ich einfach müde und genervt von allem. Und diese Tage wollte ich verhindern, indem ich alles so aufsetze, dass ich eben gut schlafe. Und auf dem Retreat habe ich mich auch viel damit beschäftigt, weil du auf dem Retreat nicht so viel schläfst. Die Sessions starten um 6 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens sitzt du da und fängst an zu meditieren. Das heißt, Schlaf war nicht so ein großes Thema. Und das hat natürlich dieses Thema für mich wieder aufgebracht. Und meine Freundin gab mir einen Hinweis und sagte, hey, du bist echt verrückt danach geworden, deinen Schlaf perfekt zu machen. Vielleicht ist das etwas, was du transformieren darfst, von altem zu neuem Ich. Und genau darauf habe ich mich fokussiert und dann gemerkt, an wie vielen Stellen mein altes Ich, das glaubt, dass Schlaf das Wichtigste ist und das Schlaf mich so sehr kontrolliert und dass ich keine Möglichkeit habe, es zu verändern, wie krass dieses alte Ich mich kontrolliert hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich bin teilweise mit Stress ins Bett gegangen, wenn ich drei Minuten zu spät schlafen gegangen bin. Und ich habe das gar nicht gemerkt, obwohl das hier mein Job ist, mich jeden Tag damit zu beschäftigen. Und das hat mir wieder gezeigt, wie stark unser altes Ich ist, wie viele Ausreden es erzählt. Denn die erste Reaktion war, als Jodie das zu mir sagte, war direkt so, nein, 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 bei mir ist es aber so und so, aber so und so, aber so und so. Das alte Ich bringt dir immer wieder Ausreden auf, Ausreden, die dir sagen, warum das nicht geht, warum das nicht funktioniert und warum du so bleiben musst, wie du bist. Und das war das Spannende. Und das habe ich begonnen zu hinterfragen, durch genau diese Art, immer wieder zu schauen, wo kommt mein altes Ich durch und wer will ich sein, wie würde mein neues Ich zum Thema Schlaf denken, fühlen und handeln. Und so bin ich dann rangegangen und habe so viele Teile in mir entdeckt, so viele Gewohnheiten, so viele abgespeicherte Muster, die mich immer wieder im alten Ich gehalten haben. Und dann habe ich mich darauf fokussiert, das zu verändern. Und zack, siehe da, mein Schlafthema hat sich immens verbessert. Natürlich gibt es immer noch diese Tage, aber es hat sich immens, immens verbessert, obwohl ich vorher ein Jahr lang alles Mögliche probiert habe, im Außen Dinge zu verändern, anstatt im Innen. Und da liegt die Power, dein altes Ich zu deinem neuen Ich. Das war mein erstes größtes Learning. Mein zweites Learning und das war der große, große, große Game Changer mal wieder, beziehungsweise die große Bestätigung, weil ich das schon lebe. Deine größte Power liegt in deinem Herzen. Deine größte Power liegt in deinem Herzen. Als ich das damals zum ersten Mal gelernt habe, 2019, 2018, nee, 2018 war das, Ende 2018, weiß ich noch, wie meine Reaktion war. Herz, was für ein Quatsch, ich bin ein Mann, ja, als Mann, gerade als Mann beschäftigst du dich nicht mit solchen Themen, das ist schwach, ba, 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 ba. Denn ich dachte, Herz ist diese Sache, die du aus den romantischen Komödien kennst, ja, dieses ganz Kitschige und Komische. Aber überhaupt nicht. Es geht nicht um Romantik. Natürlich fühlst du Liebe in deinem Herzen, Gefühle in deinem Herzen, aber in deinem Herzen liegt so viel mehr. Und das durfte ich wieder erleben, wie viel Power darin liegt. Denn das war damals der Moment, der mich für mich alles verändert hat. Denn ich habe zwei Dinge verstanden. Erstens, ich kann nur das in meinem Leben kreieren, manifestieren, was im Einklang ist mit meinem Herzen. Ich kann nichts erschaffen, was nicht im Einklang ist mit meinem Herzen. Sonst arbeitet mein Herz gegen mich und mein Herz ist sehr viel stärker als mein Kopf. Und zweitens, darin, in deinem Herzen, in meinem Herzen, liegt der Schlüssel zu meiner Bestimmung. Und wenn ich meiner Bestimmung folge, warum ich wirklich hier bin, was meine Aufgabe auf diesem Planeten ist, dann bin ich im Einklang mit meinem Herzen und dann fliegen mir die Dinge einfach so zu. Menschen, Geld, Möglichkeiten, Gegebenheiten, egal was ich brauche, es fliegt mir zu. Das habe ich damals verstanden und das hat für mich alles, alles, alles verändert. Zu lernen, wieder mein Herz zu spüren, die Stimme meines Herzens zu spüren, dieser Stimme zu folgen und dann die übernatürlichen Kräfte des Herzens freizuschalten. Denn in deinem Herzen liegt die Möglichkeit, mit Energie zu arbeiten, die Energie des Universums zu nutzen. In deinem Herzen liegt deine Schöpferkraft. Jeder von uns, du und ich, wir sind geboren als Schöpfer. Uns wurde das nur nicht erzählt, keiner hat uns das beigebracht. Aber du wurdest geboren als Schöpfer, als Schöpferin. Schöpfer bedeutet, du kannst so kreieren und so kreieren und so kreieren. Wow, das Schnipsen funktioniert heute gut. Du kannst so, so, so kreieren mit deiner Energie. Das ist ein großer Punkt, über den Dr. Joe spricht, die Wissenschaft dahinter, warum wir aus Energie, durch unsere Gefühle, durch unser Herz Materie erschaffen können und damit die Realität verändern können. Da kommen wir gleich in Punkt 3 nochmal zu. Aber diese Power liegt in deinem Herzen. Das hat damals mein Leben komplett verändert, wie ich sagte, Leben 1 und Leben 2. zu lernen, mein Herz wieder zu spüren, dann auf meinen wirklichen Pfad zu kommen. Und plötzlich habe ich Geld von allen Seiten angezogen. Liebe, Verbundenheit, Menschen. Ich lebe ein Leben, was unvorstellbar war vor 4 Jahren. Unvorstellbar. Und es kam alles durch mein Herz. Alles durch mein Herz. Und da redet auch Dr. Joe viel über die Wissenschaft dahinter. Warum das Herz so stark ist, warum das Herz viel mehr ist als ein Organ, was Blut durch deinen Körper pumpt. Und alles, was er tut, ist immer fokussiert auf das Herz. Weil wir das erstmal öffnen dürfen und freischalten dürfen, um unsere größten Träume wahr werden zu lassen. Und das ist auch der Grund, warum wir die Awakened Heart Experience ins Leben gerufen haben. Während einer der Meditation kam mir das Bild. Das kam nicht aus meinem Kopf, das kam von etwas Höherem. Deine nächste Experience darf zum Thema Herz sein. Den Leuten zu zeigen, wie sie diese übernatürliche Kraft des Herzens freischalten. Damit sie wieder zu Schöpfern werden. Und damit sie auf den Weg kommen, der ihre Bestimmung ist. Denn auf diesem Weg, glaub mir, wird Magie passieren. Werden Durchbrüche passieren und Transformationen, die du dir niemals vorstellen könntest. Und für diesen Weg, um den zu finden, brauchst du die richtigen Techniken und vor allem Mut. Denn dieser Weg ergibt im ersten Moment meistens überhaupt keinen Sinn. Doch wenn du ihm folgst, wird sich alles in deinem Leben verändern. Dafür die Awakened Heart Experience. Also ich lade dich herzlich ein, wenn du damit resonierst, wenn du es fühlst, melde dich an. Das wird ein riesen, riesen Game Changer. Und unsere Experiences sind das, wo die Leute am meisten drauf warten und wo die tiefsten Durchbrüche passieren. Wo wir die krassesten, intensivsten Testimonials und Erfahrungserlebnisse bekommen. Als alles andere. Also ich lade dich herzlich ein. Und wenn du jetzt gerade mal kurz dir einen Moment nimmst, um in dein Herz hinein zu spüren. Was fühlst du, wenn du in dein Herz fühlst? Was fühlst du, was wirklich deine Bestimmung ist und dein gigantischer Traum, dein gigantischer Weg? Und dann schreib es mal unten in die Kommentare rein. Was ist das Leben, was dir wirklich vorbestimmt ist? Das grenzenlose Leben. Das erfüllte Leben. Wenn du das unten reinschreibst, gibst du deinem Herzen das Zeichen, das ist unser Weg. Gibst dem Universum das Zeichen, das ist dein Weg, damit es dir helfen kann. Und erschaffst viel mehr Power und Glaube daran in dir. Also mach das gerne mal und ich freue mich dann auch das zu lesen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wo du gerade stehst. Das ist mein Learning Nummer 2, weil ich auch da wieder für mich eine weitere Stufe meines Herzens freischalten durfte. Die mich katapultiert hat in eine neue Phase meines Lebens, ohne dass ich es wollte unbedingt. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, diese neue Phase, die jetzt kommt, ich werde noch nicht erzählen, worum es geht. Das wird später kommen, in einem anderen Video. Aber diese neue Phase, die macht mir verdammt nochmal Angst. Die macht mir verdammt nochmal Angst und ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Weil ich keine Ahnung habe, wie das werden wird, wie ich mich fühlen werde, was genau passieren wird. Aber ich weiß eine Sache, dass es das Richtige ist. Ich weiß, dass mein Herz weiß, was richtig ist für mich ist. Und ich vertraue meinem Herzen zutiefst. Und für meine neue Phase brauche es verdammt viel Mut. Ich glaube, das wird die schwerste Phase meines Lebens, zumindest der erste Teil davon. Dafür brauche ich sehr viel Mut. Aber ich weiß, dass etwas Großartiges, Wundervolles, Gigantisches dabei entstehen wird. Das war auch damals, vor drei, vier Jahren, als ich meine erste Erkenntnis hatte mit dem Herzen, genauso ein Zustand. Ein Zustand, wo ich ganz viel Altes loslassen musste, voll und ganz ins Unbekanntes springen musste, um dann etwas Neues zu erschaffen. Und auch diese Phase damals hat mir unglaublich viel Angst gemacht, aber es hat mein Leben komplett verändert. Das war der Wechsel vom Alten ins Neue Leben. Jetzt kommt wieder so eine Phase. Das macht mir sehr viel Angst, aber ich bin ready dafür. Und dieses Vertrauen, diese Power zu entwickeln, ist so ein großer Schlüssel. Das machen wir auch in der Experience. Das ist Punkt Nummer zwei. Deine größte Power liegt im Herzen. Punkt Nummer drei. Magie findet sich im Unbekannten. Was meine ich damit? Dr. Joe redet sehr viel vom Unbekannten. Unbekannten. The unknown. Da, wo du nicht weißt, was passiert. Denn das Quantenfeld und damit die Energie, auf die wir zugreifen, um zu manifestieren, diese basiert auf dem Unbekannten. Das, was du schon kennst, was du mit deinem Kopf erlebt hast, bringt Ergebnisse, die du schon kennst. Das heißt, wenn du etwas Neues in deinem Leben erschaffen willst, neue Transformation, neue Heilung, neue Liebe, neue Fülle, was auch immer es ist, dann musst du in eine neue Welt eintauchen, wo die im ersten Moment unbekannt ist. Wo du gar nicht weißt, was passiert. Denn wenn du das Bekannte machst, ja, du machst die gleichen Dinge wie vorher, du denkst die gleichen Gedanken, du fühlst die gleichen Gefühle, du verbringst Zeit mit den gleichen Menschen wie vorher. Was passiert dann? Du erschaffst genau das Gleiche wie vorher. Um was Neues zu kreieren, musst du voller Vertrauen den Schritt wagen ins Unbekannte. In das, was du noch nicht kennst. In das, was noch gar keinen Sinn ergibt. Was ich gerade meinte, dein Herz weiß, was du tun musst. Dein Kopf wird durchdrehen. Weil dein Kopf sagt, es ist unbekannt. Ich weiß nicht, was passiert. Es könnte alles passieren. Es könnte alles den Bach runtergehen. Doch im Unbekannten, da liegt dein größter Durchbruch. Da liegt deine größte Power. Da liegt deine größte Liebe. Und da liegt deine Schöpferkraft. Und zu lernen, zu vertrauen auf diese Stimme in dir, die dir sagt, geh diesen Schritt. Kündige deinen Job. Beende die Beziehung. Geh diesen nächsten Schritt. Folg doch mal dieser Passion. Die das einfach sagt, obwohl du nicht weißt, was auf der anderen Seite ist. Wenn du dir erlaubst, das zu tun, dann wird sich alles verändern. Wie ich gerade erzählt habe, das war damals mein Shift. Jetzt kommt wieder so ein Shift. Ich habe keine Ahnung, was in dem Unbekannten auf mich wartet. Aber ich spüre mein Herz, das mir sagt, das wird das Beste und Wichtigste, was du jemals tun kannst. Das Beste und Wichtigste, was du jemals tun kannst. Und ich bin bereit dafür. Und das ist eine Fähigkeit, über die Dr. Joe immer wieder spricht und wodurch die Leute heilen. Heilung findest du nicht im Bekannten, dass du die gleichen Dinge tust wie vorher. Egal ob physische Heilung oder innerliche Heilung. Heilung findet sich im Unbekannten. Fülle findet sich im Unbekannten. Liebe findet sich im Unbekannten. Alles, was du dir wünschst, ist im Unbekannten. Deswegen dürfen wir lernen, mit dem Unbekannten uns vertraut zu machen, ihm zu vertrauen und einfach mal reinzugehen. Und am Ende kommt auch das wieder zurück auf die Power deines Herzens. Und Punkt Nummer 4. All in. Mit den Basics. Wie häufig hast du durch YouTube gescrollt und gesagt, oh mein Gott, liebes Universum, schick mir doch jetzt endlich die Wunderpille. Die eine neue Technik, die ich noch nie gesehen habe, die dafür sorgt, dass ich in drei Sekunden Multitrillardär bin und nie wieder nachdenken muss. Oder mir Sorgen machen muss. Wie häufig kam dieser Gedanke auf? Vielleicht nicht ganz so extrem. Aber die meisten von uns sind darauf gepolt, weil unsere Welt so gepolt ist. Okay, wie finde ich den schnellsten, leichtesten Weg? Die Wunderpille. Wir suchen nach der Wunderpille, die uns das gibt, was wir uns wünschen. Problem dabei ist, die gibt es nicht. Die existiert nicht. Egal wie lange du danach suchst, du wirst sie nicht finden. Es geht immer wieder darum, die Basics immer und immer und immer und immer wieder zu machen und zu wiederholen. Bei Dr. Joe heißt es, do the fucking work. Er sagt immer, do the work. Mach die Arbeit. Meditier. Jeden Tag. Meditier. Jeden Tag. Und meditier nochmal. Jeden Tag. Beschäftige dich mit diesen Dingen. Erweitere dein Verständnis davon und meditier nochmal. Weil es gibt immer wieder Menschen, die sich beschweren, hey, ich meditiere seit einer Woche. Warum bin ich noch nicht geheilt von meiner schlimmsten Krankheit? Weil eine Woche einfach nicht reicht. Bei manchen reicht es, bei vielen nicht. Und das ist das Spannende, worüber ich auch immer wieder spreche. Diese Dinge, von denen ich hier spreche, ein Dr. Joe spricht, ein Albert Einstein gesprochen hat, ein Nikola Tesla. Alles, alle reden über das Gleiche. Auf anderen Arten und Weisen. Diese Dinge funktionieren. Das Geniale bei einem Dr. Joe ist, er beweist es wissenschaftlich immer mehr und mehr. Dass Manifestation funktioniert, dass Heilung funktioniert. All diese Dinge nur durch Energie, nur durch die Gesetze des Universums. Aber, damit es funktioniert, musst du die Arbeit machen. Musst du dich hinsetzen und meditieren. Musst du dich hinsetzen und den Fokus darauf setzen. Musst du dich hinsetzen, dich immer wieder mit deinem neuen Ich zu verbinden. Die Basics. Die Basics, die Basics, die Basics. Natürlich gibt es Möglichkeiten, durch die richtigen Meditationen, durch die richtige Begleitung, schneller an dein Ziel zu kommen. Aber die Arbeit selbst kann dir niemand abnehmen. Keine Wunderpille und kein Coach oder Mentor. Der Mentor kann dich leiten, kann dir Impulse geben, geh in diese Richtung, mach das, tu das. Aber der Mentor kann niemals für dich den Weg gehen. Und das dürfen wir einfach verstehen. Da möchte ich ganz kurz die Geschichte erzählen von einem der Teilnehmer. Wow, wunderbare Geschichte. Wahrscheinlich wird das Testimonial auch bald online gehen, weil das Ganze aufgenommen wurde. Ich versuche mal die Kurzversion. Er hat erzählt, dass er mit neun Jahren angefangen hat, Probleme zu haben beim Laufen. Als er in der neunten Klasse war. In der neunten Klasse hatte er Probleme gehabt zu laufen, er konnte nicht mehr so schnell rennen. Er musste sich beim Treppensteigen festhalten am Geländer. Und damals sagte er sich nichts Wildes dabei. Er dachte, ja, okay, das ist halt einfach so. Ist normal. Das haben alle. Bis er irgendwann gemerkt hat, dass die anderen sich lustig gemacht haben, über seine Art zu laufen, seine Art zu rennen, weil sie komisch aussah. Und dann wusste er, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und dann sind seine Eltern und er zum Arzt gegangen und am Ende kam raus, nach einer längeren Untersuchungsreihe, weil keiner genau wusste, was er hatte, dass er eine bestimmte Muskelkrankheit hat. Und diese Muskelkrankheit sorgt dafür, dass mit jedem Jahr deine Muskelfunktion schwächer wird und du irgendwann nicht mehr laufen kannst in zehn Jahren. Das heißt, mit Mitte 20 war der Plan oder war die Vorausschau, er kann nicht mehr laufen, er wird im Rollstuhl sein. Und tatsächlich ist es genau sofort fortgeführt worden und hat sich so weiterentwickelt, dass seine Muskeln immer schwächer wurden. Er konnte nicht das jugendliche Leben leben und die Dinge machen, die so alle Menschen getan haben in seinem Alter, weil er Krücken hatte, dann irgendwann im Rollstuhl war. Er war sehr festgefahren in dieser Situation. Er hat alles probiert. Die Ärzte sagten ihm immer wieder, hey, es ist unheilbar. Es ist unheilbar. Es ist unheilbar. Du musst dich damit abfinden. Und irgendwann ist er dann auf Meditation als erstes gestoßen. Weil eine Person ihm gesagt hat, hey, wenn du es nicht mit anderen Methoden heilen kannst, probier Meditation. Es wird dir eine neue Welt eröffnen. Und er hat angefangen zu meditieren. Und hat sofort gemerkt, dass sich etwas verändert. Und dann hat er gesagt, okay, wenn etwas besser wird, wenn das mein Weg ist, gebe ich alles. All in. Und hat sich hingesetzt und begonnen, jeden Tag zu meditieren. Zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang. Jeden Tag meditiert. Und er hat gemerkt, es ist besser geworden bis zu einem bestimmten Punkt. Aber dann ging es nicht weiter. Und dann hat er Dr. Joe Dispenza und seine Themen entdeckt. Und gemerkt, wow, eine neue Möglichkeit zu heilen. Meditieren tue ich eh schon. Jetzt nutze ich seine Meditation. Er hat begonnen mit einer Stunde am Tag meditieren. Irgendwann zwei Stunden. Irgendwann drei. Irgendwann vier. Und irgendwann sechs Stunden. Er hat sich jeden Tag hingesetzt. Und stundenlang meditiert. Warum? Weil er gesagt hat, das ist mein Traum. Und ich werde es möglich machen. Wenn er mal abends eingeschlafen ist, hat er sich Videos angeguckt von Usain Bolt. Wie Usain Bolt gerannt ist. Und hat sich vorgestellt, er ist das. Er ist am Rennen. Er ist der schnellste Mann der Welt. Er hat sich immer wieder vorgestellt und vorgestellt und vorgestellt, wie er läuft. Wie er unterwegs ist. Wie er aus dem Rollstuhl aufsteht. Wie er es schon längst geschafft hat. Hat meditiert, meditiert, meditiert. Und das ungefähr anderthalb bis zwei Jahre lang nochmal mit diesen Themen. Und es wurde langsam Schritt für Schritt für Schritt besser. Und dann, was ist passiert auf dem Event? Ein Video wurde gezeigt, wie er eigenständig aufsteht. Aus dem Rollstuhl. Das erste Mal in, ich glaube, fünf Jahren hat er gesagt. Und seine ersten Schritte macht. Am nächsten Tag hat er sich gesagt, wow, wenn ich laufen kann, dann kann ich auch rennen. Hat sich zwei Leute geholt und gesagt, hey, kann ich mich ein bisschen festhalten? Ich möchte losrennen. Und dann ist er gerannt. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Und ich bin mir sicher, seine Reise wird sich noch sehr weit fortführen und verändern. Aber was er getan hat, ist, die Basics umzusetzen. Dranzubleiben. All in zu gehen. Und sich nicht zu erzählen nach einer Woche, oh, das funktioniert nicht. Die Wunderpille geht nicht. Und deswegen hat es funktioniert. Dieses Testimonial wird bestimmt bald online gehen, bei Dr. Joe auch. Aber als kleine Inspiration. Und wenn das möglich ist, wenn jemand, der nicht mehr laufen kann, der eine unheilbare Krankheit hat, wieder laufen konnte. Der sein Herz aktiviert hat und gesagt hat, ich werde es möglich machen, ich gehe all in. Wenn diese Person das schaffen konnte, dann ist es egal, wo du gerade stehst. Egal, was deine Herausforderung ist und egal, wo du hin möchtest. Du kannst es möglich machen. Du kannst es möglich machen. Ich weiß es. Okay? Als kleine Inspiration für dich. All in mit den Basics. Das sage ich selber auch immer und immer und immer wieder. Da liegt die große Transformation. Und am Ende, für mich wurde klar, es kommt alles auf dein Herz zurück. Verbinde dich mit der Kraft deines Herzens. Lerne die Kraft deines Herzens freizusetzen. Denn da liegt dieser unaufhaltbare Drive. Dieses Gefühl von all in. Da liegt die Inspiration. Da liegt die Erfüllung. Da liegt die Liebe, die du brauchst, um dein Traumleben wahr werden zu lassen. Da liegt deine Schöpferkraft. Und glaub mir, wenn du einmal wechselst von dem Weg, auf dem du bist, der vielleicht nicht deiner Bestimmung entspricht, wo du jeden Tag kämpfen musst, hin zu dem Weg, der deine Bestimmung ist, verändert sich alles. Dann kommen die Dinge viel leichter zu dir. Du kannst viel schneller manifestieren. Und du kannst viel schneller dein Traumleben erschaffen. Und dabei möchte ich dir helfen in der Awakened Heart Experience. Ich lade dich von ganzem Herzen ein, weil ich spüre in meinen Zellen, wie das ein riesen Gamechanger wird für so viele von uns, von euch da draußen. Darin stecke ich mein gesamtes Herz. Ich bin diesen Weg gegangen. Es hat alles für mich verändert. Und ich habe es mit Hunderten oder Tausenden inzwischen, Tausenden Menschen replizieren können, die jetzt auf dem Weg ihres Herzens sind und bei denen sich alles, alles verändert hat. Klick auf den Link. Melde dich kostenlos an. Dort findest du auch Teilnehmerstimmen. Ich sage es dir, mein Ziel ist, meine Vision ist es, 13 Millionen Menschen in den nächsten Jahren dabei zu helfen, die übernatürliche Kraft ihres Herzens freizuschalten und so zu Schöpfern ihres Lebens zu werden. Und das ist einer unserer größten Schritte in diese Richtung. Diese Experiences haben die größten Transformationen erschaffen. Mein Ziel ist es, dass du rausgehst und sagst, das war mehr wert als mein letztes hochpreisiges Seminar. Das meine ich so und es ist immer wieder der Fall, dass sehr viele Leute genau das sagen. Wenn du damit resonierst, irgendwas fühlst, melde dich an. Es ist komplett kostenlos und wir starten am 12. September live jeden Tag mit mir. Tiefste Transformations-Sessions und neues Wissen, um die Kräfte deines Herzens freizuschalten und dein Traumleben zu kreieren. Ich freue mich so sehr drauf. Das wird magisch, genial und grenzenlos. Und damit danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da und kommentier doch mal, was war dein größtes Learning aus diesen Worten und aus diesen Geschichten, die du gehört hast. Mich würde interessieren, was du fühlst bei dem, was ich heute geteilt habe. Wenn du jetzt kein Video mehr verpassen willst und ein Meister der Gesetze des Universums werden möchtest, dann klick hier. Dort kannst du abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du wirklich die neuesten Videos wahrnehmen kannst. Und hier findest du das perfekte Video nur für dich. Klick drauf und hab Spaß. Bis bald. Alles Liebe. Dein Raphael. property. Nichts. Vielen Dank.